...Rustmuskulatose, also alle Muskelheiten des Körpers, zeitgleich kontrachiert. Ein weiterer Niederländer, Rob van Dettusen. Eine Bräune, die man als optimal bezeichnen könnte, nicht zu viel, nicht zu wenig. Wo erkennt man noch bei ihm? Das Zusammenspiel der einzelnen Muskeln. Das kann bis zu fünf Jahre dauern, bis eine Muskelaktur dieser Art aufgebaut ist.